Hallo zusammen, heute habe ich das Thema Netzgeräte. Ich habe hier verschiedene Netzgeräte für Kühlboxen. Wir haben hier zum Beispiel vom Campingas eine thermoelektrische Kühlbox und um diese an 220 Volt, 230 Volt, 240 Volt, je nachdem wo ihr wohnt, zu betreiben, brauche ich ein Netzgerät. Ich habe hier zum Beispiel ein einfaches Netzgerät mit 72 Watt und hier habe ich ein Netzgerät mit 600 Watt. Diese Kühlbox hier 12 Volt, da reicht solch ein einfaches Netzgerät, Coolpower, ich habe das nicht im Sortiment, mit 72 Watt Leistung. Das seht ihr hier, mit diesem Netzgerät hier einstecken, kann ich diese Kühlbox hier mit betreiben. Das reicht, das funktioniert, nur diese Kühlbox, das ist meine Meinung, hat ja einen Griff dran, das ist thermoelektrisch. Der Griff ist zum Halten und Wegschmeißen, weil die Kühlleistung dieser thermoelektrischen Kühlboxen sind sehr schlecht und brauchen rund 12 mal mehr Strom wie eine Kompressor-Kühlbox. Jetzt eine Kompressor-Kühlbox haben in der Regel diese Stecker dran, könnt ihr es zeigen, ihr seht ein anderes Video von mir und hier habe ich auch einen Zigarettenanzünder. Und wenn ich dann ein Netzgerät nehme in der Leistungsklasse, das hat eine Leistung von rund 120 Watt Spitzen, noch ein bisschen mehr und hier habe ich auch so einen Zigarettenanzünder. Diese Zigarettenanzünder erkennt mich, ich bin nicht begeistert von den Teilen, die wackeln, haben Luft und wegschneiden. Also, da gibt es die Möglichkeit, das Kabel abzuschneiden und direkt anzuschließen, habt ihr kein Kabel mehr. Wir haben das gleiche Netzgerät, aber mit einem solchen Stecker, den ich dann direkt an der Box einstecken kann. Und vorne habe ich eine normale Kalkgeräte-Steckdose, wie bei 230 Volt, Computer, Fernseher und so weiter. Bei dem auch ist das gleiche Netzgerät, aber eben der Anschluss direkt an die Box. Und somit habe ich natürlich den Widerstand dieses wackeligen Zigarettenanzünders nicht und so umgehe ich mal eine Störungsquelle. Jetzt habe ich so hier eine Kühlbox mit Kompressor, Dampfer, Seckop, Kompressor. Diese kann ich mit diesem Netzgerät nicht zuverlässig betreiben. Also, ich brauche hier, ich sage immer, ich brauche eine Startleistung von bis zu 160 Watt und eine Dauerleistung von mindestens 100 Watt. Ich habe hier noch mehr Netzgeräte. Das ist unser MW, das hat eine Dauerleistung von 160 Watt. Weil wir haben noch größere Kühlboxen, die haben dann diesen Andersson-Stecker oder wie die alle heißen. Da kann ich das direkt einstecken und das kann ich zum Beispiel unsere Tiefkühlboxen damit betreiben. Ich komme nachher noch zur Spannung. Und wir haben ja die Transcooler, die Transportkühler, das sind also 1000 Liter Kühlschränke. Da brauche ich solch ein 600 Watt Netzgerät. Und jetzt drehen wir das um mit dem 600 Watt Netzgerät. Kann ich natürlich auch diese Box betreiben oder diese Box betreiben. Nur, es wäre ein bisschen auf Spatzen geschossen mit Kanonen, wenn ich so ein schweres Netzgerät zulege für so eine Standardkühlbox. Mit diesem Netzgerät hier, dieses Netzgerät hat eine Ausgangsspannung, irgendwo sehen wir das, von 24 Volt. Wenn ich mit diesem Netzgerät, kann ich mit diesem Kabel diese Box betreiben, weil diese läuft auf 12 und 24 Volt. Diese ist jetzt noch auf 230 Volt, für den Preis das Netzgerät direkt eingebaut. Aber mit diesem Netzgerät darf ich diese Box hier nicht betreiben. Obwohl der Stecker hier, natürlich auch hier drauf passt und ich hier dann mit 230 Volt einstecken kann. Dieses Netzgerät wird diese Box zerstören, weil das Netzgerät ist 24 Volt und die Box ist 12 Volt. Da diese Box von 12 und 24 Volt läuft, kann ich die Kompressorkühlbox mit diesem Gerät betreiben. Aus diesem Grund haben wir im Sortiment direkt den Stecker für die 12 Volt Kompressorkühlgeräte und so kann ich das direkt betreiben. Und es besteht kein Verwechseln zu dieser thermoelektrischen Kühlbox. Ja, verschiedene Netzgeräte, ich verlinke euch dieses Netzgerät unten drin im Beschrieb. Dieses Netzgerät für die massiven Tiefkühlboxen, die mehr im professionellen Bereich eingesetzt werden. Und dieses Netzgerät, was wir brauchen, wird die Transportkühlgeräte. Ich sage mal 1000 Liter, 2000 Liter Volumen. Ich verlinke euch hier den Unterschied zwischen diesen zwei Boxen, weil neu haben wir ein Energielabel, wo diese Boxen nicht mehr Energielabelpflichtig sind. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich wünsche euch einen Tag. Und uns mit das Komausk했어요 aus den Waldklaas. Und sich von oben. Jetzt geht euch eben den Brix? fooled! Vielen Dank.